Schwebender Hotdog. Hallihallo Lüchen und willkommen zu einer neuen Folge von City Skylines. So, wir sind jetzt wieder hier in unserem kleinen schönen Städtchen. Was habt ihr denn? Nicht genügend gebildete Arbeiter. Das heißt, wir brauchen davon noch einige. Und Wohnraum ist auch ziemlich knapp bemessen momentan. Ich würde gerne hier noch dieses Quadrat hier hinkaufen. Gehen wir hier mal einfach auf Stopp. Und du, ich habe das letztens falsch gesehen. Das kostet keine 4 Millionen, sondern nur 4.000 noch ein bisschen was. Also, es ließe sich in der nächsten Zeit dann doch realisieren. Da werde ich es dann wahrscheinlich machen. Das ganze Industriegebiet mal hier rüber packen und das Ganze auch mit einer Autobahn verbinden. So, wir brauchen auf jeden Fall jetzt Wohnbereiche. Wohnbereiche, wo bauen wir euch denn hin? Wir werden bald wahrscheinlich auch das Problem des Verkehrs bekommen. Die hier, die parken ja momentan nur, aber das wird bald nicht mehr so sein. So, und ich werde die hier jetzt auch mal näher aneinander bauen. So, und dich dahin verbinden. Ähm, den Park würde ich zum Beispiel hier auch gerne mal mit reinpflanzen. Jo, damit das Ganze auch schöner aussieht und die sich auch besser fühlen. Hier könnten wir zum Beispiel dazwischen immer so einen kleinen Park bauen. Hier wäre zum Beispiel auch wieder Platz. Ähm, wie viel kostet denn der hier jetzt? 2.000. Okay, die hier sind doch wesentlich günstiger. Aber die werden wahrscheinlich das Wohlbefinden nicht so steigern wie die großen. Oder wie die teuren. Der hier kostet zum Beispiel richtig viel. Aber der kostet mir schon ehrlich gesagt zu viel. Wir können hier ein paar kleinere. Der ist gar nicht so klein wie ich gehofft habe. Ähm, ja das kostet alles viel zu viel hier. Dann lieber noch von diesem Paar hier ein bisschen. Von diesem Paar hier ein bisschen, genau. Äh, von dem kleinen hier ein paar. Das sollte das Wohlbefinden auch ein bisschen steigern hier. Jo, dann brauchen wir hier jetzt wieder Wohnfläche. Aber nicht mit diesem Tool, sondern mit dem hier. Das gefällt mir persönlich einfach besser. Und zwar dieser Bereich hier. Da soll dann hier wieder blau. Also, ich vergesse immer den Namen davon. Genau, Gewerbegebiet. Ist doch nicht so schwer. Mann. Ähm, genau. Gewerbegebiet soll da hinkommen. Und wir können eigentlich gleich noch eine Spur hier ziehen. Und ich habe das auch bei einer Test-Map von mir gesehen. Denn, ich muss gestehen, ich hatte Lust darauf, hier mal wieder ein bisschen zu zocken. Aber natürlich nicht auf dieser Welt hier, sondern auf einer anderen. Habe mir eine kleine Test-Map, ja, gebaut quasi. Auf der ich da ein bisschen was gebastelt habe. Und da habe ich auch gesehen, das ist dann hier nicht alles so toll mit dem Verkehr dann gewesen. Denn auf diesen kleinen Stückchen hier staut es sich ohne Ende. Das werde ich demnächst mal, ähm, ja, überarbeiten müssen. So, ähm, wir brauchen auf jeden Fall hier jetzt wieder Wohngebiet. Dann brauchen die ganzen Wohngebiete auch mal Strom und Wasser. Müssen wir schauen, wie das Ganze auch aussieht mit, ähm, ja, mit Gesundheit. Ja, Hilfe. Da konnte ich mal kurzzeitig nicht mehr sprechen. Ähm, Polizeibildung. Da wird es hier oben dann wahrscheinlich eher kritisch werden. Dann müssen wir hier dann noch was bauen. Aber erst mal Wasser. So, denn jeder braucht ja Wasser. So, und dann würde ich sagen, lassen wir das hier wieder anlaufen. Dann können die ganzen Leute hier mal zuziehen. Ich hoffe, dass sie sich hier erst mal hier unten ansiedeln. Und, äh, dadurch den Strom nach oben ableiten. Wenn nicht, dann warte ich eben einfach, bis die hier fertig sind. Ich meine, das ist mir dann auch egal. So, und das Ganze war auch schnell. Und ihr seht hier schon, es stoppt da ein bisschen. Da können wir hier mal schauen, bei diesem kleinen, äh, Verkehr. Ihr seht hier, da gibt es dann doch kleinere Probleme. Ähm, die verlassenen Gebäude können wir hier jetzt auch mal abreißen. Ähm, ja, an der Ansicht reiße ich eigentlich ungerne was ab, weil ich da nicht genau sehe. Wobei ich sehe es so auch nicht, ob es jetzt eine Schule ist oder nicht. Ähm, ah, gut. Jetzt ist hier wieder ein bisschen Bedarf gedeckt. Steuern kommen rein. Oh, richtig viele. Das ist ja kein Nachteil. Ähm, machen wir erst mal dieses hier als neues Industriegebiet. Das wollen sie ja haben. Ähm, ja, es kommen Leute hinzu. Es werden Steuern gezahlt. Ist doch schön. Äh, was brauchen wir denn jetzt für den nächsten Meilenstein? Ich glaube, das ist dann 4.500 oder sowas. Hm. Ähm, ich weiß nicht. Äh, jetzt ist hier schon wieder, jetzt ist hier schon wieder ein bisschen verrostete oder, ja, nicht mehr zu gebrauchende Gebäude. Da ist auch wieder eins. So, Industrie ist jetzt hier und man braucht mehr Industrie hier. Wird mir gerade angezeigt. Da können wir hier einfach noch dieses Gebiet hier zuweisen. Und jetzt wird es schon mit dem Verkehr richtig kritisch. Aber das will ich dann erst hier machen, wenn Geld besser reinkommt. Oder besser gesagt, wenn mehr Geld reinkommt. Und wenn ich mir dieses Grundstück hier kaufe, dann... Äh, ich glaube, wir haben jetzt hier ein bisschen Stromprobleme. Kann das sein? Ja. Äh, da bauen wir hier aber mal so ein Offshore. 10, mh, das ist alles nicht so toll. Sagt er denn dir hier als Maximum 20 ist maximal Auslastung. Da sind wir mit unseren 10 hier noch weit davon entfernt. Gibt es hier, mh, nee, na nee, gibt es kein besseres. Dann werde ich wahrscheinlich doch hier mit den normalen fahren müssen. 6.000, 12.000, nee, das bringt mir nix, wenn er maximal, äh, wenn er ein bisschen mehr macht. Aber doppelt so viel kostet. Dann kann ich hier gleich ein paar von den Dingern hier bauen. Da bin ich besser damit bedient. So, jetzt ist der Strom auch wieder besser dran. Ähm, ja, das habe ich mir mal gedacht. Und das habe ich ja auch schon mal ausprobiert. Aber das kostet dann ein bisschen zu viel Geld. So, Steuersatz. Hauen wir mal hier den Steuersatz auf 12 hoch. Und für Gewerbegebiet auf 11. Das sollte eigentlich passen. Und jetzt schreien sie nach Wasser. So, das heißt, wir brauchen hier, mal hier stoppen. So, noch eine Abwasserpumpe. Das ist keine Abwasserpumpe. Das hier ist eine Abwasserpumpe. Und ja, ich weiß, die Stromrichtung ist jetzt nicht so, oder Strömrichtung besser gesagt, ist jetzt nicht so vorteilhaft. Ähm, dann bauen wir hier noch einen. Das will ich jetzt aber gleich ändern. Denn man kann die hier ja umsetzen, wie man will. Da muss ich sie nicht extra abreißen und wieder neu kaufen. Das wäre ja sinnlos irgendwie. Sondern ich setze die hier jetzt einfach um. So, dahin. Und du kommst dahin. Man kann dann später auch, hier habe ich im anderen schon freigeschaltet, diese Wasseraufbereitungsanlage. Da hat man dann doch ein bisschen mehr, äh, ja, zur Verfügung hier. Dieser Ort ist bereits belegt. Schön. Äh, dahin. Gehen wir hier mal nach dahin. Jetzt können wir theoretisch die beiden hier auch abreißen. So. Jetzt mal schauen. Verfügbarkeit. Ja, ja, wunderbar. Das sollte uns jetzt für die nächsten paar Minuten reichen, sozusagen. Äh, wie schaut's denn jetzt aus? Wir haben hier einen Friedhof. Äh, für der oben könnte es dann ein bisschen kritisch werden. Feuersicherheit brauchen wir hier oben auf jeden Fall jetzt was. Dann Polizei ist eigentlich ganz gut momentan. Aber die Bildung, die Bildung lässt hier jetzt echt zu wünschen übrig. Habe ich hier jetzt schon irgendwo eine Hochschule? Hochschule, ja, aber die reicht noch nicht. Dann setzen wir jetzt direkt hier noch eine hin. Und hoffen, dass das Ganze jetzt damit auch ein bisschen besser funktioniert. Jetzt ist schon wieder das Geld ein bisschen knapper, aber wir bekommen ja immer wieder was dazu. Äh, wie schaut's denn jetzt hier aus mit dem Müll? Äh, halbvoll. Halbvolle Mülldeponie. Das ist, naja. Was will man machen? Was für ein wunderschöner Sonnenaufgang. Wieso habt ihr hier kein Wasser? Achso, weil ich euch noch nicht angeschlossen habe. Sagt's mir doch. Mann, wieso sagt ihr mir nichts? So, besser? Ähm. Ändert das eigentlich was an den Steuern? Ob die angeschlossen sind hier ans Wassersystem oder nicht? Weiß es gar nicht. Strom ist schon wieder knapper. Hm. Da noch und da noch. Wie schaut's denn jetzt eigentlich hier mit meinem Budget für Strom aus? Das hab ich eigentlich schon komplett oben. Wenn ich das hier auf 100 setze, dann wird's wahrscheinlich nicht mehr reichen. Okay, es geht hier auf jeden Fall nach unten. Äh, im gelben Bereich, im gelben Bereich. Wie viel brauchst du? 80 die Woche. Na, dann baue ich hier lieber noch ein paar mehr hin. Und bin auf 100. So. Ja, wir sind hier trotzdem niedriger. Und stromtechnisch schaut's besser aus. Wir haben halt hier jetzt nur ein bisschen, ähm, ja. Einen sehr großen Windpark. Und da beschwert sich jemand bei diesen Twitter-Dingern über Müll. Das heißt, es könnte sein, dass wir mülltechnisch wieder ein kleines Problemchen haben. Aber was heißt wieder? Ihr habt es ja gar nicht gesehen, weil ich davon nichts aufgenommen hab. Tut mir leid. Ich wollte unbedingt spielen. Ich mach's ja nie wieder. Äh. So, die... Und den Zugang hab ich auch besser geregelt gehabt. Und zwar mit der Autobahn an sich. Geschäftige Kleinstadt. Wir bekommen neue Straßenteile, Feuerwehrhaus, Ölkraftwerk. Ähm, nee. Aber noch nicht das, was ich will. Noch nicht das, was ich mir erhofft hab. Und zwar sind das diese großen Bereiche hier. Und auch die Büros hier. Und damit kann man dann richtig schöne Sachen machen. Ähm. Eigentlich mag ich das nicht so gerne, ähm, übergangsmäßig. Na, aber da muss man erst wieder schauen, dass man die wieder ausleert. So, wenn ich jetzt dich hier hinstelle, hilft's mir das. Hilft mir das irgendwie. Hm. Ich muss es einfach mal probieren. Und zwar ein bisschen schneller. Hat mir das jetzt irgendwas gebracht hier? Ich müsste auch noch mal nach hier oben ein bisschen erweitern. Ähm. Welche Straße war das hier? War das die hier? Ich glaube. Ja. Müsste die hier gewesen sein. Oder wisst ihr was? Wir holen uns jetzt dieses zweite Stückchen hier dazu. Kaufen. Da unten wäre halt schön für Offshore-Park. Ich bin am überlegen, soll ich mir das gleich holen? Mein Geld verdienen wir momentan genug. Ja, kommt. Kaufen wir das hier auch noch mehr dazu. So. Und, ähm, kann ich jetzt auf euch hier diese Offshore-Krafträder bauen? Ja, und ihr produziert dann auch ein bisschen mehr. So. Wir müssen jetzt hier erstmal schauen, dass wir die Autobahn hier so geregelt bekommen, dass alles funktioniert. Äh, wie machen wir denn das am besten? Ich glaube, wir müssen hier erstmal ein bisschen was wegreißen. Leider. Ähm. Wie habe ich denn das gebaut bei dem anderen? Das hier ist so etwa das, was hier jetzt ist. Habe ich das? Ah, genau. Mit der Kleeblattkreuzung habe ich das geregelt gehabt. So, wir haben jetzt hier, ist es nicht schön, schwebende Autos. Schwebender Hotdog. Toll. Ich finde es einfach nur schön. So. Das hier müssen wir jetzt auf jeden Fall wegreißen. Dann können wir hier diese Zufahrt mal auch ändern. So. Da brauchen wir die hier. Kann ich dich hier jetzt noch ein bisschen drehen? Wie kann ich denn das hier an sich drehen? Setzen wir es hier einfach mal dahin. Das hier ein bisschen näher zusammen. Ne, das schaut so nicht schön aus, oder? Ähm, dann nehmen wir hier die gebogene Form. So. Schaut doch wesentlich schöner aus, oder? Das hier müssen wir hier jetzt auch ein bisschen abändern, leider. Ähm, und zwar... So. Nein, so nicht. Nein, du auch nicht. Nein. Oh Mann. So. Ah, gut. Nein, und zwar so. Nicht direkt. Äh, ja. Manchmal will das einfach nicht so, wie man selber will. Es hat hier jetzt zwar einen blöden Knick drinnen, aber was will man machen? Äh, ja, genau. Und da ist jetzt auch wieder dieses kleine Problem, was ich, ähm, das letzte Mal gehabt hab. Und zwar muss man hier genau drauf achten, in welche Richtung man die Autobahnen miteinander verbindet, da die Autos ansonsten nicht fahren können. Das seht ihr hier an diesen kleinen Pfeil, da passt's, passt's hier, ja, hier passt's auch. Okay. Äh, so. So, wir müssen hier aber mal richtig Platz machen. Das heißt, ähm, hier aufräumen. Tut mir leid. Muss sein. Ihr kommt ja dann auf die andere Seite. So, und hier gehen wir jetzt weiter mit den Autobahnen bis da rüber. Das ist aber jetzt wieder die falsche Richtung, die ich genommen hätte. Ähm. Können wir eigentlich auch die hier nehmen. So, ist es aber eher blöd. Ah, ja, ich muss hier erstmal überlegen, wie ich das Ganze mach. So, jetzt haben wir hier auch ein bisschen mehr Platz. Nein. Du solltest eigentlich da bleiben. Wo warst denn du? Ah, da. Ähm, diese Straße hier ist das böse. Ähm, ja. Die Straße ist das pure böse. So. Ich bin am überlegen, wenn ich das hier jetzt ein bisschen wie... wie freie Straßenform. Nein, so nicht. Ähm, ich will das hier nämlich ein bisschen aufbauen, wie ne... Ja, hm. Wie soll man das sagen, was ich machen will? Soll so ein bisschen eine Art Kreisel werden. Das war nicht so wunderschön, wie man sich das vielleicht vorstellt. Aber... so, dass es funktioniert. So, dann kann man hier diese miteinander verbinden. Und sollte hier eigentlich auch die Möglichkeit haben, so hinzufahren, wie man will. So, das Ganze müssen wir jetzt auf dieser Seite hier auch nochmal bauen. Aber hoffentlich wird das hier dann ein bisschen schöner ausschauen. Ja. Das hier schaut doch besser aus als das hier. Ja, ich gebe es zu. Ich kann sowas einfach nicht. Ähm. So, dann eine sechssprügige Straße. Und da würde ich gerne wieder das normale hier nehmen. Ähm. Wieso hat sich das hier jetzt gerade gebogen? Nein, hat es gar nicht. Mann. Ähm. So. Und wir brauchen hier natürlich... irgendwas nach oben. So, machen wir das hier einfach mal da hin. Und eine zweispugige Straße... Hier. Und... Wo bist du? Da bist du. Hier. Nicht genügend Geld. Und da klingelt das Telefon. Ist sowas nicht wunderschön? Das heißt, ich muss mal kurz ein kleines Stopp machen. Und gleich geht es auch wieder weiter. Bis gleich. So. Und jetzt geht es auch wieder weiter hier. Ähm. Wir müssen jetzt schauen, dass wir das hier alles mal so halbwegs miteinander verbinden. Es kann sein, dass das... Äh. Dass ich da gelbtechnisch ein bisschen warten muss. So. Jetzt müssen wir hier schauen, bis wir hier wieder... Genau. Das können wir dann später wieder wegradieren. Oder wegreißen. Je nachdem. Und... So. Komm. Äh. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Noch ein ganz, 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 ganz kleines bisschen. Genau. So. Jetzt können wir auch nach hier unten. Und nach hier. Und das hier ist auch wieder das nächste. So. Jetzt haben die hier auch Wasser. Dann brauchen die natürlich auch noch Feuerwehr und alles. Wir können jetzt hier aber mal in die normale Ansicht gehen. Und wir sehen hier die... Dass der Boden ziemlich verschmutzt ist. Verschmutzung. Durchschnittliche Trinkwasserverschmutzung haben wir hier normalerweise nicht. Ja, hier nur durch diese Dinger. Da haben wir aber kein Trinkwasser hier. Und durch unseren Abfluss, da haben wir auch kein Trinkwasser hier. Das heißt, das passt. Ähm. Hier die, äh, Bodenverschmutzung. Wenn wir mal im Vergleich dazu uns ein bisschen was anschauen. Ist, glaube ich, am Zurückgehen. Ja. Ist am Zurückgehen. Das heißt, hier können wir dann wieder ausbauen. Natürlich, wenn wir dann wieder genug Geld und alles haben. Ähm. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall... Äh, Industriegebiet haben wir. Wir brauchen hier ein bisschen mehr vom Gewerbegebiet. Können wir hier einfach mal wieder mit dran setzen. Und... Die sagen hier, dass das hier ungünstig ist. So. Ich weiß, es macht jetzt nicht so viel Sinn, da wo wir das Industriegebiet weggerissen haben, wegen dem Verkehr, dann wieder alles komplett voll zu kleistern mit... Ähm. Hier diesen Dingern. Ihr wisst schon, was ich meine. Ähm. Gewerbegebieten. Aber... Wir brauchen es. So. Haben wir das hier. Da ist ein Feuer. Und wir haben ja hier... Natürlich hier noch Feuerwehrautos. Die kümmern sich hier ein bisschen darum. Äh. Geld steigt jetzt auch wieder. Das ist auch sehr schön. So. Und Strom müsste ich jetzt theoretisch hier mal wieder abreißen können. Denn das sollte sich jetzt hier alles verbinden. Ohne diese endlosen Stromleitungen, die sehr nervig sind. So. Da sind jetzt wieder ein paar leerstehende Gebäude. So. Hier in der Stromansicht sieht man die auch ziemlich gut. Ähm. Ja. Feuerwehr. Ihr braucht... Ne Feuerwehr. Sehr dringend. Polizei braucht ihr auch. So. Eigentlich braucht ihr hier noch eine Feuerwehr. Denn bei euch passiert gerne immer mal wieder was. Äh. So. Geld ist jetzt auch wieder einigermaßen gut. Kommt auch wieder mehr rein als davor. Das ist sehr löblich. Sehr schön. Das heißt, wir können hier noch ein bisschen ausweiten. So. Bis dahin. Da geht's nach oben. So. Und ziehen wir noch die nächste Spur hier. So. Was brauchen wir denn jetzt? Das hier wächst und gedeiht. Da könnten wir vielleicht noch einen Park oder sowas hier reinsetzen. Hier oben hin zum Beispiel. Oder hier unten hin. Oder beides. Hinten ist es auch noch ziemlich ungünstig. Ja. Dann muss hier eben was weichen. Bildung. Wir haben genügend Kapazitäten. Es sollte eigentlich ausreichend sein. Wie schaut's denn mit der Vorbildung aus? Kapazität ist auch genug. Es tut mir leid. Aber wenn ihr eure Kinder nicht in die Schule schickt, kann ich ja auch nichts dagegen machen. Oder gibt's hier irgendwie Schulpflicht oder sowas. Bildungsschub. Erreichen Sie eine Bevölkerung von 8000. Nein, die hab ich noch nicht. Stadt Planung. Verbot starken Verkehrsaufkommen. Ja, wie soll man sowas verbieten? Ach, ja. Hilft es uns irgendwas? Oder kostet es nur wieder Geld? Oh, Müll. Die hier haben keine Müllversorgung. Ja, machen wir das Ganze so. Habt ihr denn jetzt wieder genug Strom? Nein, habt ihr natürlich nicht. Das wäre ja sonst zu einfach. Ähm, wie kann ich das am besten machen? So. Und so. Jetzt seid ihr auch wieder alle mit Strom versorgt. Wasser. Ah, ja. Eigentlich schlecht, so wie es da ist. Kann ich dich schon? Nein, kann ich nicht. Das heißt, wir müssen hier mal... Ah, wo geht denn das Wasser hin? So. Bist du denn jetzt hier entleert? Räumung beendet. Das heißt, wir können dich hier jetzt mal umstellen. Und zwar ganz da hinten hin. Da solltest du auch keine Wasserleitungen beschädigen oder verschmutzen und Strom müssen wir hier wieder herstellen. Und da auch wieder herstellen. So. Dann können wir hier auch wieder ein neues Industriegebiet schaffen. Besser gesagt, es ist ja schon da. Wir müssen es nur zuweisen. Und da können wir auch noch mal ein bisschen hier hoch gehen. Die nächste Spur auch noch gleich mit. So. Theoretisch sollte es ja hier auch kein großes Verkehrsaufkommen mehr geben von LKWs, weil die hier eigentlich theoretisch, also wirklich rein theoretisch, alle hier sein sollten. Im Industriegebiet. Aber es klappt ja meistens nicht so, wie man will. Ähm. Und wir haben ein neues Haus bekommen, sozusagen. Und zwar ein Krankenhaus. Das ist schön. Ähm. Momentan aber noch nicht so zwingend notwendig. Das wird dann notwendig, wenn wir hier die großen haben. Denn da passen dann richtig viele rein. Ähm. Wasser braucht ihr natürlich auch noch. Gehen wir einfach so hoch. Und die nächste Spur auch so nach unten. Dann habt ihr Wasser und alles, was ihr sonst noch braucht. Außergebildete Arbeiter. Okay. Es ziehen auch wieder Leute hier in die Stadt. Und wir können hier auch wieder was wegreißen. Das ist auch ziemlich gut. So. Wie schaut es denn jetzt hier eigentlich mit dem Verkehrsaufkommen aus? Naja. Das staut sich hier alles auf diesem Autobahnstückchen. So ein Stückchen. Aber was will man machen? Was will man machen? Sagt mir, wenn ihr die Antwort wisst. Die könnten ja theoretisch hier einfach durchfahren. Aber das wollen sie ja nicht. Hier staut sich es auch ein bisschen Müll. Naja. Okay. Ähm. Wie viel Müll sich in zwei Wochen ansammelt? Ja. Ich weiß. Wir haben ein kleines Müllproblem. Und. Wir haben knapp 100.000. Wollte ich nur mal so gesagt haben. So. Dieses Stückchen Stadt müssen wir demnächst auch wieder verändern. Ach komm. Gehen wir jetzt einfach mal da hin. Ich würde nur den richtigen Platz hier rausfinden. Nein. Nein. Das gibt es doch nicht. Da. Hilfe. Da können wir theoretisch hier hingehen und dieses Wohnhaus mal zerstören. Entschuldigung. Ähm. Und das hier mal alles komplett mit Häusern normaler Bürger zu pflastern. Denn die werden hier auch gebraucht. Dringend. Und wir sind über 100.000 Euro. Oder Geld. Ja. Wir sind über 100.000 Geld. Ja. Ich weiß. Wir könnten die Stadt auch hier noch mit anschließen. Wir haben hier mit dem kleinen Stückchen hier schon ein Problem. Und wer will. Der kann auch hier runterfahren. Und hier in die Stadt reinkommen. Ja. Da bin ich so frech. Ähm. Auf jeden Fall. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und. Wenn es euch gefallen hat. Lasst eine Bewertung da. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ja. Vielen Dank.